Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gefällt euch das, Frau Gebehr? Ja! 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 Und um ehrlich zu sein, Professor, gefällt es mir hier? Ich habe nicht die Absicht in der Unterwelt. Krieger, leg ihn in die Kette! Geil! Beinieße! Zeit für deine Hand. Lasst uns die Zeremonie! End quote de Kolendern! Musik Dann haben wir die andere Hälfte des Artefacts. Herr Professor! Mr. Danger! Ich hab leider keinen Herr Fittenkel. Das wundert mich gar nicht. Befeinde ich lieber. Wir müssen die keine aufhalten. Mr. Der Schöre ist endgültig. Bokuha! Das einzige was wir jetzt noch benötigen ist das Blut deiner störtlichen Seele. Professor! Ihr habt doch nichts dagegen für euer Blut. Nö, nö. Oh, you can eat. Bokuha! Hol mir den Professor! Bleib mir sein Blut! Eins! Zwei! Bokuha! So bleib hier! Schiff! Jaa! Nö, nö! Dinger! Lägt sie in wölfigen Kettel! Nö! 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 Lass mich nicht glattig machen, und nun zeigt sie, wir haben sie. Jetzt bin ich in Formel, in Formel, wenn die Hälter unter mir ist. Mr. Danger, es wird Zeit, dass wir beide an den Taten zusammen sind. ARD Text im Auftrag von Funk